Ich sag euch mal etwas, ich mach das nicht mehr mit. Ich habe 2,5 Millionen Euro geerbt. Brauch ich nur noch die Überweisungsgebühr bezahlen und weg bin ich, ja. Was ist denn das für ein hässliches T-Shirt? Das stinkt, das würde ich nicht mal zum Kacken anziehen. Du, mein Junge, trist bei detristem Würfel, so bescheuert bist du. Mann, bist du bekloppt. Ich sag euch mal etwas, ihr seid alle völlig bescheuert, weil ihr dieses Video angeguckt habt, kann man nichts machen, ja. Nein, geht nicht. Ich habe gestern mit meinem Poster eine philosophische Diskussion über die Bedeutung von Röstkategorien geführt. Er ist ein echter Brotshof. Meine Katze hat beschlossen, eine Weltreise zu machen, um die berühmtesten Mäuse der Geschichte zu treffen und Autogramme zu sammeln. Ich habe einen Kurs in Schwerkraftüberwindung belegt. Bisher haben wir uns hauptsächlich damit beschäftigt, wie man Wombard kontrollierte Luftballons fliegen lässt. Letzte Nacht habe ich von einem Ballett für Pinguine geträumt. Sie tanzten im Tutu auf einer Eisbühne und bekamen Standing Ovations von Robben. Was soll das werden? Erklär mir, was das eben sollte. Kannst du nicht. Nein. Ja, wir können. Okay.